Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 33 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 495 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017